Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, das Ding heißt, wie heißt denn das Spiel, weiß das jemand? Halt, warte mal. Rocket Leech. Rocket Leech, ein Auto-Fußball-Gedöns-Spiel. Jajajaja. Und wir sind ja schon im, 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 im. Spiel. Im Gefecht. Im Gefecht. Ich mach gleich ein Eigentor mal. Perfekt, Perfekt Service! Nein! Doch! Nein! Ja! War das jetzt für uns oder für dich? Ich! Oh! Ich glaube es... Oh, ich wurde weggeschossen! Ja, ich hab dich weggekickt, den wollte ich machen. Ich bin da völlig durch. Richtig so! Die Re... Die Regeln vergessen! Oh, was war das? Hat es wieder geklatscht, aber kein Beifall. Ja. Ja. Jetzt klingelt es gleich wieder. Ja! Oh! Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Jetzt hab ich so wenig... Oh! Nein! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal das an! Der fliegt da ran und macht die Drehung und das Ding geht ins Tor. Der ist bestimmt ein alter Profi. Der ist bestimmt gesuchtet bis zum geht. Nimm mal das Spiel. Guck das... Hast du gesehen die Zeit, Dube? Hast du das gesehen? Das war... Ja, wir sehen die alle. Im Fluss. Im Flug mit dem Heck und... Das ist abnormal. Jaaaa! Geht nicht rein! Der muss aber rein! Ja! Wo bin ich? Hier bin ich. Was bin ich? Wer bin ich? Nein! Der muss rein! Welches Tor muss ich eigentlich schießen? Nein! Ins Orange, ne? Ok. Alles klar. Jaaaa! Hehehehe! Völlig den Überblick verloren. Hopp! Ohhhh! Jetzt aber, jetzt aber nein! Nein, nein, nein! Oh Scheiße! Oh mein Gott! Ich muss ins Blau schießen, ich schieße die ganz in die Falschicht an! Ich hab kein Turbo! Doch jetzt! Und natürlich, brauche ich vorbeigefahren! Klasse! Jetzt aber, jetzt aber! Der geht rein! Nein, der geht nicht rein! Oh, der Pudding wieder! Oh! Der kaputt nicht! Hä? Nee! Hahaha! Haha! Oh! Jetzt, äh, warte! Oh ne, ich fahr auch noch vorbei! Mää, ein Stepp! Nein! Wer hat mich da grad geboxt? Jetzt aber, jetzt aber weg 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 weg! Oh! Ich treff den Ball nicht! Jetzt! Oh! Ja, rückwärts wär auch mal was, oder? Ja, hab ich grad gemacht! Ja, jetzt aber! Jawohl! Tino vor! Noch ein Tor! Stürmen! Oh Mann! Pudding wieder! Klasse! Ich war verrückt! Der ist immer da, ne? Egal. Denn sein Auto ist auch 5 mal schneller als unseres. Ja, bei Stufe 10. In der Mittlerweile schon 20 wahrscheinlich. Ne, immer noch 10. Ich bin Stufe 1. Das ist aber auch dann irgendwie ein bisschen unfair, oder? Der hat bestimmt schon das bessere Auto. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie schneller ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Wo ist der Ball? Jetzt aber, jetzt aber, hau rein! Du Pille, nein! Doch jetzt, der kommt, der kommt! Oh! Oh, jetzt geht er aber wieder ins Tor. Nee. Oh! Komm wieder zurück, ja, das dachte ich mir. Oh! Nein! Ey, ey, lass nicht rein! Oh! Nein, ich fahr vorbei! Ey, ich auch! Freigefahren! Jetzt, jetzt, jetzt! Ja, jetzt! Oh! Nein! Oh! Ja, gerade! Ja, 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 ja! Lassen! Oh, das gibt's nicht! Oh! Ist nicht reingegangen! Dieser Lappen, hey! Ich glaub, Vanille kann alleine gegen drei spielen! So, zählt er nur zum einen abziehen! Oh! Nein, wieder nicht! Willi, das war ein Pass, das war ein Torschuss! Wer, wer verbuchst mich damit? Eine Minute noch! Was, nur zwei Tore? Ja, ich! Hey, komm mal wieder runter, guck mal! Ich flieg da durch die Luft! Jetzt bin ich unten erst wieder! Nein! Achtung, Achtung, Achtung! Gott sei Dank! Also der letzte Ball ist jetzt ganz schön umgekämpft, ne? Kann man schon so sagen! Jetzt aber! Nein, 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 nein! Mal rein, mal rein, mal rein! Der ist doch schon da hinten, Pudding! Wieso ist denn der schon wieder da? Der ist überall! 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 Ja, ja, ja! Ja, ja! Nein! Nein! Das war ich! Ne, das war ich! Da steht mein Name! Ne, ich war das! Ne, guck! Ja, aber ich habe reingeschossen! Pass auf! Ich war's! Das war ich! Siehste, du hast mich ins Tor geschossen! Ich habe dir geholfen! Du hast mich ins Tor geschossen! Dich! Ja! Endsport! Tor, Tor, Tor! Der kommt rein! Oh ja, klasse! Der war gut! Der war klasse! 2, 2! Klasse! Der war gut! Ja! Eieala! Das war doch Pele verdächtig! Pele! Gleich nochmal! Über die Turbos fahren! Über die Turbos fahren! Über die Turbos! 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 Stellschuld! Oh! Ach so, der kommt! Jawohl! Perfekt! Weg mit dem Ding! Ist gleich vorbei! Wir müssen noch! Ja! 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 Scheiße! Fünf Sekunden! Ah! Ja! Ja! Näck vom Droh! Jawohl! Nicht verloren! Ja! entschieden das war ein ganzes Spiel wie nachspielzeit was nachspielzeit nachspielzeit nein ja 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 mehr ich springe vorbei das kann ja wohl nicht wahr sein oder? ich fahr auch vorbei wieso nachspielzeit? Achtung weil es unentschieden ist den schon, den schon der geht jetzt rein ja, ja, ja ruhig, ruhig, ruhig ruhig brauner jawohl, jetzt aber, der geht rein nein aber jetzt, hopp hinterher, hinterher, hinterher ich hab kein Turbo, ich hab gar nichts nein, nein, nein nee weg mit dem Ding, weg mit dem Ding weg mit dem Ding Köpfe ach, bist du im Torverhältnis nachspielzeit, wa? denk ich mal ja, glaub ja ey, ich hab Schweißausbrüche hier ich schwitze heavy man muss großes Wow decimal Nified den klasse vorlage gab 5 guck mal wie ich da richtig gegen fliege vorlagen ich war es wieder Mann Prozent ich bin schuld Klasse Spiel ja das war spannend ich glaube mein Kontroller geht vor lauter Nässe geht er kaputt ich habe schweißnasse Hände ohne Scheiß meine Achsel Replay speichern ich speichere das ab das Replay das Replay ich habe das hier auch aufgenommen Gott sei Dank so meine Freunde jetzt habt ihr es gesehen wer dabei war nämlich einmal Vanilla Pudding Husky Love und Attack 1979 71 Entschuldigung Entschuldigung und meine Wenigkeit und das kann euch erwarten in der nächsten Folge zu jetzt habe ich den Namen vergessen von lauter Aufregung ich bin noch ganz Rocket Ich bin noch ganz fertig ehrlich ich bereit ich muss erst meine Herztabletten schlucken alter Schwede Wollen wir die Teams nochmal so machen war spannend irgendwie ja aber nur weil er Pech gehabt hat der Vanilla ich drücke jetzt auf Auto also es ist egal ich habe noch eine Folge hin und rein gehe ich am Stück dann ohne Pause stimmt das Auto kam ja Auto machen wir noch ein Spiel was machen wir jetzt Auto auf Auto drücken bitte okay Auto ich habe Auto gedrückt und er geht ins Tor oh nein nein aber ein Torschuss war es hopp hopp oh bei wem bin ich denn eigentlich bei Vanille glaube ich na da habt ihr schon verloren dann könnt ihr gleich aufhören ja ne kann man nicht doch da könnt ihr schon aufhören weil das Team war vorhin unschlagbar hoppala Achtung jetzt noch eine Vorlage wo ist der da geht ins Tor leider nicht schade aber war eine gute Vorlage nein 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 mein Freund so nicht klasse Spiel oh Gott nochmal spring 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 jawohl jetzt aber nein wo ist der hier oh herrlich hart umkämpft ja wo ist er da lauert schon der Abstauber bin undurchgefahren irgendwie Vanille raus aus dem Tor nee na wo ist er oh wieder vorbei ja oh ich auch Achtung 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 nein ja jetzt jawohl das wird was doch der ein der getreide der getreide nein nein Pudding wieder ich sollte aus dem Tor rauskommen aus Pudding aus ja geht gerade so weiter ja mit dem schwitzen meine ich ich auch schwitzen wie es dauert jetzt arbeiten dich mal rein Mensch geh doch rein den Ball yes yes man klasse guck dir das an guck dir das an wie genial das gespielt war genau in die Mitte vom Tor das war sowas von gut gespielt und gleich noch so ein Ding pass mal auf kriegst gleich noch so eins eingeschenkt das schau mal oh wie so komm ich dann immer alle jetzt bei es gibt es doch gar nicht was Vanille was was nee guck dir das an doch das geht so nicht hast du es gesehen wie knapp das war das war ein Doppelschlag eigentlich müsste es 2 5-0 jetzt stehen das hätte 2 Tore zählen müssen das Ding ey das ist ja keine Wunderbarkeit oder ey ich hab doch den getroffen wieder das verstehe ich jetzt nicht zeig Lupe zeig mal her ich geb Gas ich geb Gas ich geb Gas er hat mich da wegeboxt ich oder? er steht aber auch so weit vorn ich bleib hinten das wird nix da hat er doch ey das ist ja wohl ey doch mal raus Pudding mach mal Pause da hätte ich aber reingeboxt ich war direkt hinten dran Pudding geh dir mal um Pudding holen erstmal Pudding die sind leider alle leer ich hab vorne da in den letzten Weinen gegessen am besten Vanille Pudding ich bleib sonst gerne erst noch wieder ne Weile im Tor bis ich rauskomme ja 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 ne Vanille ist noch da oooohhhh guck dir das an hey Profi echt ich euch beitreten ja noch doch ich muss das mal warten egal das dauert oooohhhh ja maa turbo ja 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 nein geht's vorbei ja bleib so bleib so nein nein ney oh Pudding wieder das kann ja nicht wahr sein er geht rein ne doch warte mal geschickt über mich drüber geflogen geschickt über mich drüber geflogen aber so nicht mein Freund oooohhhh Befreiungsschlag war das sogar genial ja ho ja 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 jetzt aber rein 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 du nein hohohoho hopp oooohhhh und hopp jetzt aber geh rein nein ne aber jetzt komm schon baby roll rein ey ja 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 ge else reiere nein nein doch doch nein ne mach komm 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 ne kannst du vergessen ich komme jetzt wieder Doch, doch. Oh, nein. Den hätte ich jetzt schön holen können. Oh nein, hopp. Achtung, ach, ja. Ja, komm ich, das ist eins. Keins, keins. Lass zurückkommen. Zurück und dann reinbauen. Noch eine Minute. Ein. Oh, der war jetzt weg. Der Ball. Jetzt geht's noch. Jetzt geht's nochmal rund. Jawohl, genau so. Genau so. Ne, nicht so. Oh, scheiß. Das ist ein Dreck. Ja. Oh, doch, ne? Ruhig, ruhig. Ja, ich komme. Nein, scheiß nicht. Komm mal runter da wieder. Von dieser blöden... ...Gedönsdienst da. Der geht rein. Der geht rein. Der geht rein. 6-0. 6-0. Das schaffen wir nicht mehr. Doch, ich mach jetzt 5 Tore hintereinander weg. Okay. Immer Anstoß-Tore. Genau. Und gewinnen noch 7 zu 6. Tor. Jetzt aber endlich. Ey, die geben bei mir immer raus. Das ist doch nicht normal. Mann. Ich will ein Tor machen. Jetzt aber. Nein, nicht schon wieder. Nein. Aber der geht rein. Oh, mach ich ein Eigentor? Ja. Oh, ne. Na ja, hab ich ein E-Tor geschossen. Genau. Komm, jetzt mach mal. WM Brasilien. Deutschland. Brasilien 7-1. Also dürfte eins rein machen. Genau. Vielleicht. Ey. Ey. Da geht doch rein rüber. Ja, ja, ja. Der hat vorbei gesprungen. Lässt du mir meinen Ball oder was? Der ist rein. Vanille, lass den Ball du. Ja. So. Das war aber Absicht, ne? Ja klar. Der ist nicht zu null verloren. War das nach Unabsicht aus? Vanille hat einen Pudding gegessen. Guck, der bewegt sich keinen Zentimeter. Genau. Der war gerade am Essen bestimmt. Ob es noch Verlängerung gibt? Ja klar. Ne. Ihr habt doch gewonnen. Gibt es keine Verlängerung. Das war ein Scherz, Tino. Das war ironisch gemeint. Okay. Okay. Dann seid ihr gemacht, wirst du geschwind noch sieben Tore. In fünf Sekunden. Okay. Ja, das war nichts. Ja, super. Super. Das waren zwei Runden. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Oh, war was? Wie hieß das Ding? Rocket. Rocket. Wie Rakete. Und Leech. Leech. Rocket Leech war das. Autofußball. Geniales Spiel. Habt Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder zur nächsten Runde. Rocket Leech. Ich hab's mir gemerkt. Hier war einmal Vanille Pudding. Attack. Husky. Sunfin. Und die Keule im Hintergrund. Tschüss. Ich lade mal die Keule ein. Ich lade mal die Keule im Hintergrund. Ich lade mal die Keule im Hintergrund. Ich lade mal die Keule im Hintergrund. Und dem das geh mit natürlich stattfinden ist Menge mit Thailand. Wir gehen jetzt nicht mehr hin. Und wir gehen etwa durch. Wir gehen in Ordnung. Spannende die Keule im Hintergrund.